Und da sind wir wieder, oder? Um unseren deutschen Lieblingsschauspieler Horst Rinder zu zitieren, das kann man doch mit einem Menschen nicht machen. Also in dem Fall mit Ben Carson, das heißt, Diva Sutherland, was ist denn das für ein Ende? Der hat jetzt irgendwie eigentlich seine Aufgabe erfüllt, hat seine Familie gerettet. Und jetzt ist er woanders. Das war sicherlich der drastischste Film, den wir bis jetzt in der Reihe hatten. Und man kann natürlich jetzt in so einen fruchtlosen Loop, in so eine Schleife gehen. Horrorfilme, ja, nein, überhaupt. Also es gibt auf beiden Seiten da sehr verhärtete Fronten. Menschen, die Horrorfilme lieben, sagen, wer sowas nicht liebt, ja, Kinder mögen ja auch keinen Tabak und keinen Alkohol und sagen, das ist bitter, aber wir sind Erwachsene. Auf der anderen Seite gibt es extrem respektable Abstinenzlerinnen oder Nichtraucher. Und ich kann dazu nur eins sagen, der Grundwiderspruch, das Grundproblem, warum guckt man sich was an, wobei man sich irgendwie nicht gut fühlt, ist so ein bisschen, naja, erstens ist was dran an dem Vorwurf von Horrorfilmfeinden, die sagen, da wird verharmlost und verherrlicht, weil es ist immer harmloser und schöner, als tatsächliche Gewalt zu erleben. Es ist also sozusagen eine Möglichkeit, in so einen Raum einzutreten, wo sowas stattfindet, wie seit der antiken Tragödie, aber man ist sozusagen nicht direkt körperlich davon betroffen. Und ich habe einfach festgestellt, dass die Leute, die tatsächlich mit einer Passion Horrorfilme mögen, also die nicht feuristisch einfach sagen, oh ja, da wird gematscht oder so, und dann einfach auch den untersten Mist angucken, dass das Leute sind, die wahnsinnig gern drüber reden, die gerne deuten, die sozusagen von dieser extremen Emotionalität auch in so ein, ja, interpretieren, in so ein Streiten geraten. Und meine Erfahrung auf Filmfestivals zum Beispiel ist die, wenn der Lars von Trier wieder ein Antichrist gedreht hat, oder wenn die Claire Denise wieder ein Trouble Every Day gedreht hat, oder Veronika Franz und Severin Fiala, damals zwei österreichische Leute, die diesen Ich-seh-Ich-seh in Venedig gedreht haben, da wird noch Wochen später drüber geredet. Und das liegt sicherlich daran, dass eben das Denken eigentlich erst im Gang kommt, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht angenehm ist. Denn wenn man einfach wie so eine Kuh zufrieden auf der Weide steht und das Gras malmt, dann gibt es ja keinen Anlass zum Denken. Also Denken ist Problem. Und Denken über extreme Sachen, ohne dass man extreme Sachen erleidet, ist wahrscheinlich wirklich nur möglich seit der antiken Tragödie über Kunst. Und ich habe mich dann aber gefragt, naja gut, also es gibt drastische Kunst, die hat ein Ende, das irgendwie die Sache löst. Also das in irgendeiner Form einen moralischen Sieg des Guten präsentiert oder eine psychologische Erleichterung, eine Katharsis, eine Reinigung, was auch immer. Und dann gibt es diese Filme, die so ausgehen wie der gerade eben. Und so das Muster dafür im Arthouse-Kino oder bei den Leuten, die Autorenkino lieben, ist für mich Polanskis Mieter, Le Locataire, 1976, wo sozusagen eine ziemliche Schlaufe eigentlich tatsächlich auch wieder aufgemacht wird von es fängt mit etwas Grauenhaftem an und führt in dieses zurück und es gibt einfach keinen Ausweg. Und mir fiel dann auf, als wir den zusammen gesehen haben, dieser Film, Mirrors, von Alexandre Aja, ist ja ein Remake eines koreanischen Films von Kim Jong-ho, ein paar Jahre älter. Und dann sagtest du als die Resident-Expertin für koreanisches Kino, ja, ja, die sind alle so. Erstens, sind die wirklich alle so? Und zweitens, warum sind die alle so? Was ist mit dem koreanischen Kino los? Also ich habe ein paar ja gesehen, dieser Oscar-Preisträger Parasite und so. Das ist so ein Nationalstil, der dann sozusagen offenbar westliche Remakes anreizt oder westliche speziell Regie-treibende Menschen, die sozusagen Kino kommentieren wollen oder die sozusagen in den Eingeweiden von Kino wühlen wollen, nehmen sich dieses Kino sehr gerne vor in letzter Zeit. Von all diesem Zeug sind Remakes irgendwie geplant. Erzähl mal ein bisschen was über dieses koreanische Kino. Was du sagst mit in letzter Zeit ist ein guter Punkt. Und Parasite ist eigentlich so ein Marker dafür, wann wir angefangen haben, uns sehr, sehr intensiv mit südkoreanischem Kino zu beschäftigen. Denn Parasite war vor zwei Jahren der große Durchbruch, der große Überraschungsgewinner bei den Oscars, sechs Oscars bekommen. Darunter alle wichtigen, die man bekommen muss, wenn man einen Film macht. Also Regie, Drehbuch und bester Film. Also nicht besser internationaler oder fremdsprachiger Film, wie es früher hieß. Denn das Ding Parasite ist ja komplett auf koreanisch gedreht. Sondern bester Film. Also wirklich aus der gesamten Auswahl in dem Jahr gewonnen. Und seitdem gucken wir ein bisschen intensiver auf das koreanische Film. Wir, das sind die westliche Kritikmenschen, das westliche Kinopublikum. Aber eben auch die Leute, die Regie führen. Ja, und auch die westlichen Verleiher. Also auch die Studios haben einen größeren Blick darauf geworfen. Und das war bis jetzt immer so ein Geheimtipp gewesen. Und Streaming. Und Streaming, genau. Und ich finde interessant, dass das Genre da eigentlich schon dem Ganzen ein bisschen voraus war. Also dass wir gerade in diesem ... Horror ist ja ein sehr beliebtes Genre, dass da eigentlich schon die Leute dem Trend ein bisschen vorherher gesehen haben. Okay, stimmt, solche Filme, die Remakes sind, gab's bevor der Trend ... Okay. Genau, genau. Und was du aber schon richtig gesagt hast, die sind alle so ein bisschen so. Die sind alle so in diesem Düsteren, diese Schleife, dass man irgendwie nicht rauskommt. Also die meisten südkoreanischen Filme. Weil dort eine sehr, sehr große Tradition darin besteht, gesellschaftskritische Dinge mit einzuweben. Egal, ob das ein Genre-Film ist oder ob das ein größerer ... Ein sozialrealistischer. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob Parasite ... Findest du Parasite einen Genre-Film? Ich weiß es bis heute nicht. Ich finde, der verbindet halt so viel. Also der hat sowohl Comedien-Elemente als auch Thriller-Elemente, als auch Horror-Elemente. Das ist eine ... Parasite war für mich eine komplette Achterbahnfahrt. Also da ist irgendwie alles mit drin und das funktioniert aber. Ebenfalls was, was eigentlich sehr typisch ist für dieses südkoreanische Kino, dieses man weiß eigentlich nicht so genau, wo es hingeht. Also diese westlichen Strukturen, die wir sonst haben. Oder dass wir dann denken, ah, okay, das geht jetzt so aus. Eine Melodie wird angespielt und ich kann sozusagen im Kopf ergänzen und weiß, ah, das wird so weitergehen, wie wenn ich einen Popsong höre. Genau. Und das bricht das einfach, weil wir die AC-Strukturen in der Form nicht so gewohnt sind. Wo es ein bisschen anders war, waren die südkoreanischen Importe, sage ich jetzt mal, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also sowas wie Squid Game, was auf Netflix ja ein Riesenrenner letztes Jahr war. Eine Serie, ne? Die Serie, die aber auch dieses sozialkritische Element drin hatte. Also sozialkritisch meine ich in dem Moment, wie ... Südkorea ist eine wahnsinnig konsumorientierte Gesellschaft, eine wahnsinnig gespaltene Gesellschaft. Auch ein großes Gefälle zwischen Arm und Reich, was ja Parasite aufmacht mit dieser Familie, die auf dem Berg wohnt und die Familie, die im Tal wohnt. Die Reichen wohnen oben in einer großen Villa. Die anderen unten in der Stadt, in einem kleinen, wirklich ekelhaften Apartment, Schimmel folgt, im Keller eigentlich, genau. So Souterrain, würde man hier so hübsch und schick sagen. Und die Familie unten probiert halt, irgendwo nach oben zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich in diesen Bildern arbeitet Bong da auch ganz stark. Und das ist so ein Thema, was bei allen so mit drunter liegt, auch bei Squid Game. Also alle, die dort teilnehmen an diesen Kinderspielen, die für alle, die sich nicht an die Regeln halten oder die die Runde nicht schaffen, tödlich ... Das ist so ein Gladiatoren-Spiel. Die haben alle genau den Grund. Also die haben alle entweder Schulden oder können ihre Kinder nicht auf die richtigen Schulen schicken oder kranke Eltern, die versorgt werden müssen. Sozialsystem funktioniert auch nicht. Also keine Verpflegung für Leute, die eben aus diesem Arbeitsprozess rausfallen. Das ist immer mit drin. Das ist auch in den Genres, die wir sehen, immer mit drin. Und Sie machen es aber, korrigiere mich, wenn das Quatsch ist, das sind ja sozusagen harte, sozialkritische Themen im Sinne von, wie man früher gesagt hat, die soziale Frage, Arm und Reich und so. Aber es wird inszeniert über bereits fertige Bilder aus der Sphäre Werbung, Selbstoptimierung, Schönheit, Konsum. Also zum Beispiel, was jetzt in dem Mirrors-Film von dem Alexander Ajar ein ausgebranntes Kaufhaus ist, ist in dem Original von dem Kim Song-Ho ein Kaufhaus, das wiedereröffnet wird. Es gab auch die Brandkatastrophe. Und dann stehen aber sozusagen protestierend gegen diese Wiedereröffnung Leute, die sagen, was ist mit unseren Angehörigen, die umgekommen sind? Wir wollen eine Entschädigung. Ihr habt uns betrogen. Die Versicherung hat uns betrogen. Und die stehen wie so Gespenster eigentlich. Eigentlich sind es lebende Gespenster, einfach Überlebende, die vor dem Ding stehen. Und das ist sozusagen viel aufgeräumter als dieser Film, den wir gerade gesehen haben, der aus diesem Kaufhaus ja so eine Art Gothic-Ruine macht. So ein Schloss, so ein Dracula, wo irgendwelche Vampire nisten könnten. Und dort ist es die ganze Zeit diese extrem durchgestylte Konsumwelt. Was mir in Parasite auch aufgefallen ist, diesen Film hattest du noch irgendwie was? Genau. Das ist ein Anime eigentlich. Trotzdem nichts für Kinder. Das ist auch ein südkoreanischer, genau. Genau, südkoreanischer Anime, also ein Zeichentrickfilm, würde man hier sagen. Wie man aber schon am Cover, glaube ich, ganz gut erkennen kann, auch das ein Horrorfilm eigentlich, der sich mit dieser ganzen Schönheitsindustrie auseinandersetzt. Also der sich auch mit diesen eigentlich völlig unerreichbaren Schönheitsidealen, in denen viele dort nachstreben, ganz, ganz kritisch, sarkastisch, böse auseinandersetzt. Und das wirklich auf so eine Spitze treibt, zu welchem Preis muss man zahlen, wenn man irgendwie probiert, diesen Schönheitswahn, diesen Operationswahn nachzuhalten. Er hat auch so ein Ende, ne? Er hat auch so ein Ende. Die Heldin ist auch geliefert. Genau. Auch Parasite, ohne jetzt was zu spoilern, endet jetzt nicht wirklich in einem Happy End. Ich glaube, das Wort ist im Südkoreanischen sehr, sehr selten gebraucht, Happy End. Es sei denn, wahrscheinlich gibt's auch da Genres, die aber bei uns nicht so wirklich ankommen. Also ich denke, auch da wird's irgendwelche Liebeskomödien und so was geben. Aber das ist nichts, worauf wir bis jetzt so einen großen Fokus gegeben haben. Wahrscheinlich, das rate ich jetzt, gibt es halt Material, auf dem dann das aufhockt. Also sozusagen die Happy Welt, dieses koreanischen Pop zum Beispiel und so, mit dessen Bildern dann aber die Horror und sonstigen, die kritischen, die destruktiven, die negativen Sachen dann arbeiten. Das Interessante ist halt nicht, er geht sozusagen nicht wie irgendein französischer, belgischer, italienischer, dieser Film Realismus in die Armenviertel und hält eine Wackelkamera drauf, sondern die Kritik wird vermittelt über das Gegenbild, das die Gesellschaft als Werbung von sich macht. Also der Horror ist diese Welt, die sie euch visuell anbieten, als Trost über den Horror. Nein, der Trost ist selber Horror. Ja. Und gleichzeitig spielt's aber auch wieder zurück. Also wenn wir Squid Game, haben wir im letzten Jahr ja gesehen, dass einige Arbeiter dann, als sie in den Streik gegangen sind, sich diese Uniformen aus dem Film angezogen haben. Also diese Kostüme, die dort die Gladiatoren sozusagen tragen müssen, auf ihrem Weg in den ziemlich sicheren Tod. Also praktisch umgekehrt. Also ich hab grad behauptet, die nehmen sozusagen Werbe- und Bilderwelten, um die Gesellschaft zu kritisieren. Aber wenn in der Gesellschaft dann was los ist, nehmen die wieder die Horrorbilder. Genau, es befruchtet sich so gegenseitig. Also sehr verzahntes Kultursystem in dem Fall. Ich glaub, dass wir, dass uns das auffällt, dass das so eine düsteren Enden sind, dass das so ein geschlossener, sehr, sehr düsterer Blick auf die Welt eigentlich ist, liegt auch daran, dass wir bei solchen Filmen, bei den Originalen selten abgelenkt sind, weil wir diese Schauspieler nicht kennen. Also es sind wahrscheinlich meistens Stars in Südkorea zum Teil, die aber hier nicht bekannt sind. Okay, also wir gucken sozusagen mehr auf die Erzählmuster und was macht das gesellschaftlich und so. Weil wir halt nicht sagen, oh Gott, was passiert jetzt der arme Mary Käsekuchen, die wir sowieso alle schon lieben und so. Genau, der südkoreanischen Mary Streep. Und wenn das Ganze hier verfilmt wird, gucken wir dann wieder automatisch auf die Stars. Also du hast so ein bisschen den, du kannst mir, glaub ich, den Unterschied sagen, der zwischen dem Original, zwischen dem Remake liegt, was so diese Sachen angeht. Ich weiß es gar nicht. Also natürlich ist mir, du hast mich jetzt verunsichert, weil da ich die Stars eben auch nicht kenne, die aber offenbar welche sind, also so viel konnte ich dann googeln, die in dem Original spielen, habe ich in der Tat auch gedacht, mich fasziniert dann eben das Design, diese Welt, also zum Beispiel die Anfangsszene, die bei Alexandre Aja, dieser Mann ist, der sich die Kehle durchtrennt, ist, und das ist übrigens auffällig, ergibt viel mehr pädagogische Horrorsignale im Sinne von, es flackert das Licht und so, die stören nicht, aber er ist ja sowieso jemand, der diese ganzen Tropen gerne bedient, seine zwei großen Filme sind beides Remakes, das heißt, er hat gar nicht so den Anspruch, ein Auteur zu sein, ein originärer Kopf, sondern jemand, der sozusagen diese Dinge durchdringt, wie so ein Tarantino, vielleicht ein bisschen uneitler als Tarantino, und er setzt halt die ganze Zeit diese Signale, also bei ihm ist diese erste Szene gleich schon so, oh Gott, das grünliche Licht und das tropft, und man hat das Gefühl, man kann den Schimmel riechen und so, während das eben im Original tatsächlich, in dieser klinisch sauberen Kaufhauswelt passiert, wo diese Frau sich dann mit einem Küchengerät, es ist eine Frau, und zwar eine perfekt gestylte Modelfrau, so wie in diesem Beautywater, den du gezeigt hast, mit einem Küchengerät, das eben im teuren Angebot dieses Kaufhauses auch, sie läuft da nachts rum, das Ding ist alleine, sie hat so eine letzte Kontrolle, bevor es wieder eröffnet wird, und dann passiert diese Szene, dann fällt sie auf die Kacheln, und dann fließt dieses Blut so in die Kacheln, und es ist alles extrem ästhetisiert, nicht sozusagen diese Verfallsästhetik, die wir halt, weil bei uns der Horror aus der Romantik kommt, und aus den verfallenen Schlössern und den Basalten und so, und ich habe ständig auf diese Muster geguckt, und nicht auf die Figuren, das heißt, ich hatte zwar irgendwann, man wird ja immer dann als Geisel genommen, dieser Figuren, mit denen man sympathisiert, also er zum Beispiel, der Mensch, der für den Kifasaland einsteht, oder für den umgekehrt, der Kifasaland einsteht, sitzt einmal neben so einem Spiegel, haucht ihn an, da ist noch gar nichts Schlimmes passiert, und dann hört er so ein leises Quietschen, wie wenn man irgendwie eine Scheibe putzt, und guckt da wieder hin, und in seinen Hauch ist so ein Zeichen reingemalt, und so ist ein wahnsinnig gruseliger Moment, aber natürlich von großer Schönheit, und so ist in diesem Film eben viel, da ist sehr viel abendländische Malerei mittendrin, also so wie der Lars von Trier manchmal so Gemälde reinmontiert, sind da wahnsinnig viele Spiegeldarstellungen aus der Renaissance dann reinmontiert in den Film, und es geht irgendwie um Leonardo, und um die Achse, und um Proportionen, und sowas, das heißt, es ist ein sehr intellektuelles Vergnügen, das nicht gebunden ist an, oh Gott, die arme Luise. Ich denke aber andererseits, dass wenn man sowas macht und sagt, jetzt geben wir das einem westlichen Publikum, und geben ihm als Fußangel, oder als Handreiche so einen Menschen, den es schon kennt, dann ist Kiefer Sutherland eine ziemlich geniale Wahl, weil was ist das eigentlich für ein Typ, also du kennst ihn besser als ich, aber ich dachte so, im klassischen Hollywood-Kino gibt es ja eigentlich immer eine Wahl für einen männlichen Wichtigdarsteller, und das ist, ist er Walter Matthau, oder ist er Gary Cooper, ist er Peter Lorre, oder ist er Cary Grant, das heißt, du hast den Leading Man, der sieht halt super aus, und ist ein Romantic Interest irgendwie, da ist eine Liebesgeschichte dran, oder sollte eine dran sein, und dann hast du den Charakterkopf, der irgendwie so ein bisschen, dessen geknetet sein, dessen zerfurcht sein, dessen verbraucht sein, dessen verlebt sein, uns schon eine Vorgeschichte andeutet, und Kiefer Sutherland ist irgendwie beides und keins von beiden, das ist irgendwie der Typ, wo man schon denkt, hoffentlich kommt diese Ehe in Ordnung, und andererseits denkt man, also spätestens in dieser Szene, wo er auf diesen Spiegel schießt, der hat doch eine Vollmeise, das ist doch einfach eine Psychose, die irgendwie auf zwei Beinen läuft, und die uns was sagen soll über diese Welt, in der solche Psychosen entstehen, und wie siehst du diesen Schauspieler, den du ja obsessiv beobachtet hast, glaube ich? Ich finde das mit der Psychose ganz interessant, weil damit spielt ja Aja auch, mit diesem, ist es jetzt, spinnt er, ist es alles in seinem Kopf, oder passiert das gerade wirklich? Ich finde es interessant, was du sagst, man kann Kiefer Sutherland nicht so richtig in eine Richtung einordnen, ist er der oder der, ich finde generell, man kann schlicht sagen, er spielt wie, weil es gibt ja so verschiedene Schauspielschulen, wo man sagen kann, ah okay, die machen weniger, der macht jetzt ein bisschen mehr. Also zum Beispiel Johnny Depp und richtige Schauspielschulen, Entschuldigung, ich weiß, den machst du auch. Ja, naja, kommt auf den Film an. Wohingegen Kiefer Sutherland so ziemlich keine, also keine schlechte Performance abliefert. Aber super verschieden, oder? Aber super verschieden ist. Ich glaube, wenn man sagen will, wie spielt er, würde ich am ehesten sagen, wie Donald Sutherland, sein Vater, er würde mich jetzt wahrscheinlich hauen, wenn ich das sage, weil niemand will ja hören, gut gemacht, fast wie deine Eltern. Aber was er mit ihm gemeint hat, ist diese wahnsinnige Präsenz, sobald er auf der Leinwand ist, sowohl Donald wie Kiefer. Fürchterliche Intensität. Da ist alles plötzlich, nur auf die gerichtet. Also man hat das Gefühl, die reißen jeden Film an sich, selbst wenn sie in irgendeiner Nebenrolle irgendwo kommen. Bei Donald Sutherland sogar mit Abstrichen, manchmal merkt man, den Film nimmt er jetzt nicht so ganz ernst. Das hat er halt gemacht, weil ... Er hat, glaube ich, einfach so viel mehr gemacht, dass er manches so reintelefoniert. Ja. Also ich habe ihn in ein paar Sachen gesehen, wo du das Gefühl hast, ich gebe denen mein Gesicht, das reicht. Und das habe ich bei Kieferseilen noch nie gesehen. Noch nie. Deshalb, also seit er angefangen hat in der Stephen King-Verfilmung, auch eine Horror-Verfilmung quasi, Stand by Me, wo er wahnsinnig intensiv war. Genau, das war der Durchbruch, das stimmt, als totales Arschloch. Ja. Aber so, dass man irgendwie auch ihn sympathisch findet und irgendwie interessant, aber gleichzeitig denkt, oh Gott, der hat doch eine Meise. Also das ist, glaube ich, ein ... Es gibt so einen Werbeclip, den du mir geschickt hast, wo er irgendwie Cupcakes ... Ja. Wo man denkt ... Sie können das googeln. Okay, erzähl. Es gibt eine Cupcake-Werbung mit ihm. Das basiert, glaube ich, so ein bisschen auf einer Figur, die er in 24 spielt. Ist eine Serie, die so in Echtzeit abläuft. Also jede Folge. 24 Folgen für einen Tag. Genau, eine Stunde. Wo er so ein bisschen so einen James-Bond-artigen Agenten spielt, wenn James Bond noch ein bisschen härter wäre, als James Bond ist. Und depressiv. Und depressiv. So ein bisschen so ein Daniel Craig-James Bond. Das ist wahrscheinlich auch die ... Das war vorher, ja. Genau, die größte Parallele im Spielen, wobei Daniel Craig noch so ein paar andere Facetten hat, die bei Sutherland wieder anders schillern, sag ich mal. Und die Werbung macht das dann, ja. Die Werbung nimmt, genau, genau, die Werbung nimmt diese Figur, die er da spielt, auf. Und er fährt im Prinzip mit dem Auto rum und sucht ein Rezept für Cupcakes und drängt aber Wagen ab in einem großen ... Er schreckt Leute im Supermarkt. Und mit so einer ganz tiefen Stimme. und geht mit wahnsinnig viel Wut ... Wo ist die Sahne? Genau. Alles auf YouTube zu finden. Dauert nur zwei Minuten, glaube ich. Aber mich hat eben, weil diese Jack-Bauer-Figur, diese Agenten-Figur in 24, ziemlich parallel entstanden ist. Also die letzten Staffeln wurden, glaube ich, gedreht, während Mirrors lief. Ab und zu haben mich so ein paar kleine Ticks daran erinnert, an diese Figur. In dem jetzt? In dem jetzt, in den Mirrors. Also wenn er in den Keller muss und sagt so, Gott damn it, weil's irgendwas schief geht mit der Gasleitung, glaube ich. Das ist so ein komplettes ... Ja, genau, das würde Jack Bauer jetzt auch sagen. Ansonsten aber komplett anders. Ansonsten dieses leicht Nervöse, was da drunter ist, dieses Kaputte, wo man sich die ganze Zeit fragt, wird der jetzt wieder rückfällig? Und diese Familiennummer ist irgendwie komisch in den Mirrors. Also im Sinne von ... Wie ging's dir in der Szene, wo er zurückgeht nach Hause und dann sie praktisch bedrängt? Also da fand ich irgendwie so, wow, das ist grenzwertig für einen Helden. Ja. Also eigentlich ist er ja unsere Identifikationsfigur, aber man denkt so, lass doch die Frau in Ruhe. Ja, sehr oft da ... Also im Prinzip bereitet Ajada aber auch schon vor, dass man denkt, na ja, gut, okay, was soll aus der Figur ... Na klar kann der nur hinter den Spiegeln enden am Ende, weil der ist so kaputt, die Ehe ist auch eigentlich nicht mehr zu kitten. Also auch nach dem allem, was da passiert. Das ist ... Und es ist ein sehr schlauer ... Da sind wir wieder bei der Regie. Es ist sehr schlau, die Kinder da reinzubringen. War das in der koreanischen ... Oh, ist das schön mit dem Wasser, der kleine Junge und so. Eigentlich ist das ja Spielberg. Das ist ja Hollywood pur. Bring die Kinder in Gefahr. Aber es passiert halt auf eine Art, dass man ... Was du sagst bei den Koreanern, man weiß nicht, wie es weitergeht. Bei Spielberg wüsstest du ja, wird es schon gut gehen. Ich finde, hier hast du keine Ahnung, ob diese Kinder da das Ding überleben. Ich erinnere mich an eine Operninszenierung von Klaus Gut, wo das ebenfalls verwendet wurde. Hier in Frankfurt? Hier in Frankfurt. Sobald die Kinder auf die Bühne kommen, hat man wahnsinnige Angst, was denen passiert. Bei Kindern auf die Bühne ist ja ... Schwierige Nummer. War das beim Koreaner auch so im Original? Nee, es gibt keine Kinder. Der Mann ist praktisch ohne ... Das ist in der Tat interessant, dass sozusagen ein Element, das eigentlich ein konventionelles Element ist, nämlich er braucht auch eine Familie, weil wir sind in Amerika und so, dass das nicht die Sache sicherer macht, sondern noch prekärer. Also die Balance noch mehr unwuchtet, dass man denkt, mein Gott, da steht ja noch mehr auf dem Spiel. Deswegen fährt er wahrscheinlich auch durch die Gegend. Aber du hast recht, diese Szene stört gar nicht so mit der Frau, weil es überhaupt keine moralisch sauberen Figuren gibt. Auch diese Nonne ist ja irgendwie so, nee, lass mich in Ruhe und so. Es gibt eigentlich gar keine Identifikationsfiguren in dem Film. Und das ist so ähnlich wie in diesem anderen Film, den er gemacht hat, Hills of Ice. Also er hat zwei große Filme, er hat zwei Filme gemacht, die im Grunde seinen Stil ausmachen. Und das eine ist Hills of Ice, das war 2006, da hat er etwas wieder verfilmt von Wes Craven, der ja dann mit den Scream-Filmen, also das Original ist von 77, der mit den Scream-Filmen im Grunde das, was ich Tarantino genannt habe, eröffnet hat, nämlich Horrorfilme, die sich an ein Publikum wenden, das viele Horrorfilme gesehen hat und also so mit Irreführung und Pipapu arbeitet. Und was Aja eigentlich immer macht, ist, er liest diese Filme nochmal, den koreanischen oder den Wes Craven-Film, im Hinblick auf die Sachen, die am Original noch beruhigend oder stabil sind, die mache ich noch schlimmer. Also wenn du an den Hills of Ice, den haben wir auch zusammen angeguckt, denkst, da gibt es dann so einen Wohnwagen, wo diese Familie, um die es geht, bedroht ist und dann gibt es eben einen Säugling und einen Wellensittich. Und ich habe selten um eine Frau, die im Schnee, im schwarzen Wald vor Vampiren, davon rennt, mehr Angst gehabt, als um diesen Wellensittich, den es dann natürlich auch kostet. So, und das ist so, der nimmt so Zeichen, dass, im Grunde kombiniert er Bambi mit Bunuel irgendwie so. Also Bambis Mutter ist schlimm, aber das ist so ein Kitsch-Hintergrund und ich gebe euch überhaupt die totale Hoffnungslosigkeit. Und das macht es halt, also der Punkt ist, dass es ganz viele Hollywood-Muster sind, dass man aber länger drüber reden kann. Also ich habe, ich erinnere mich am Schluss dran, wenn wir jetzt noch gucken, ob es noch Meldungen gibt von Leuten. Ich habe mit einem evangelischen Pfarrer, mit dem ich befreundet bin, über den Film viermal so lang, wie er geht, geredet. Und der hat was ganz Irres gesagt, was ich zum Schluss, weil evangelischer Pfarrer ist immer ein gutes Ende. Ich notiere mir evangelischer Pfarrer und gucke mal, was unsere Zuschauer, also Sie, die sich ja gerne daran beteiligen können und gerne an der Diskussion mit teilnehmen können, mit Fragen oder Anmerkungen zum Film. Ein paar Fragen haben wir schon. Okay. Barbara Kirchner fragt, gibt es einen Unterschied von Horror zu anderen Genres, weil es da nur um Gefühl geht, also zum Beispiel im Western, wo es nur um Sachen wie Pferde geht? Und hier geht es ja um reines Gefühl, nämlich Angst. Um, ja. Gibt es da, was ist der Unterschied sozusagen von Horror zu anderen Genres? Ich glaube, du hast ein Buch drüber geschrieben. Kennen die da, aber nee, ich habe kein Buch drüber geschrieben. Was für eine fiese Frage, na warte. Ja, also Genres, wie bestimmst du überhaupt Genres? Wenn du sagst, gibt es Science Fiction, es gibt romantische Komödien, es gibt Horror, es gibt Western, dann würdest du halt sagen, Western ist irgendwie Pferde und Cowboyhood und Native Americans und Horror ist, wenn ich Angst habe. Es stimmt aber ja nicht, weil du hast ja bei anderen Sachen auch Angst. Das heißt, ich würde zunächst mal sagen, dass so Genres Kombinationen sind aus bestimmten Stoffen, Hexen, Cowboys, Roboter, Science Fiction und bestimmten Themen. Also, was macht die Technik mit uns oder kann ich mir selbst überhaupt vertrauen? Das ist ja diese Spiegelgeschichte, dass es ein zweites Ich gibt, was dann irgendwie mein Leben versaut und das kennen wir alle und sei es nur als ich habe getrunken und oh Gott, wer war das, wer hat das gemacht? Und dann gibt es sozusagen bestimmte stoffliche Sachen, zum Beispiel den Doppelgänger im Horror und so weiter, der dann mit diesem Thema irgendwie gut koaliert und das ist dann ein bisschen historischer Zufall. Also, so wie man sagt, was ist ein Stuhl? Naja, das braucht vier Beine und es braucht eine Lehne. Dann gibt es aber Stühle. Ohne Lehne sind auch Stühle. Es gibt Stühle mit nur einem Bein. Das ist auch ein Stuhl. Das heißt, es muss nicht die ganze Liste abgetickt werden von Stoffen und Themen, damit es zum Genre passt, aber ein paar davon. Und ich würde primär sagen, der Versuch, ein Genre nur über eins von beiden zu definieren, also nur über die Requisiten, da sind Cowboys, dann ist das ein Western. Was mache ich denn? Es gibt so gute Western, die zum Beispiel in Australien spielen. Da hast du die ganze Konstellation mit den amerikanischen Ureinwohnern nicht, weil es andere Ureinwohner sind, weil die Geschichte anders ist, weil die Art, wie das Land weggenommen wurde, anders ist, weil es so. Und trotzdem kann das ein Western sein. Also, ich habe jetzt vergessen, wie der hieß, aber es gab so einen australischen, den wir in Venedig gesehen haben. Und genauso kann ein Horrorfilm, diese beiden zeigen es eigentlich ganz gut, das Original von dem Spiegel und diese Fassung, ein ganz klinischer, trockener, kühler Film sein, wie der koreanische und dann eben ein ganz gekneteter, mit Brand und Pockennarben verunzierter, wie dieser hier. Und ich würde deswegen sagen, von welcher Seite man reingeht, da geht es um die Gefühle oder da geht es um die Props, um die Requisiten, ist erstmal egal, weil es eben einfach eine Sammlung von Sachen ist. Aber verstehen kann man, glaube ich, die Genres nur, wenn man sieht, bestimmte Haltungen sind besser zu thematisieren in dem Genre als in dem Genre. Also ein Film über was macht die Technik mit uns, würde ich vielleicht nicht als Western anlegen, sondern als Science-Fiction-Film oder ein Film, die Grenze zur Natur verschieben und gleichzeitig gucken, was geht dann in mir vor und werde ich dann nicht wieder tierhaft oder unzivilisiert. Das zum Beispiel wäre ein ziemlich guter Western und vielleicht nicht so ein interessanter Science-Fiction-Film oder so. Und dann wäre natürlich die Frage, wofür sind Horrorfilme geeignet und da hat der Fahrer dann eine Idee, das würde ich dann am Ende. Direkt eine Anmerkung noch mit aufzunehmen. Du sagtest schon, Stoffe, die man am besten im Horror verhandeln kann. Nun gibt's ja auch da eine ganz große Bandbreite. Also wir haben so was wie H.P. Lovecraft, was wirklich diese schleimige, glibber, gruselnde Monster Geschichten sind und Stephen King, der eher ein bisschen fast schon ein positives Bild drin hat. Also immer mehr Du redest über Ende. Du redest über das, womit wir angefangen haben. Ah, okay. Ja, weil ich mein, glibberig ist es bei Stephen King auch und schönes oder glitzerndes gibt's bei Lovecraft auch, zum Beispiel die Sprache. Aber in der Tat sind sie super entgegengesetzt in was so ein typisches Ende für beide wäre. Und das bestimmt dann auch die Verfilmungen, glaube ich. Also es gibt diesen Color Out of Space mit Nicolas Cage, das ist so für mich die beste Lovecraft-Verfilmung, obwohl sie nichts von der Geschichte übrig lässt, aber komplett die Stimmung übrig lässt. Und es gibt diese, es gibt eine Lovecraft-Erzählung der Schatten über Innsmouth, Shadow über Innsmouth von 1942, dem Jahr von Bambi. Es hängt alles zusammen. Die endet mit der Verwandlung der Ich-Erzähler-Figur in etwas ganz Furchtbares, in etwas ganz Monströses. Und dann sagt er aber so voller Glück und ekstatisch, also wenn das Ende sozusagen positiv wäre und Kiefer Salenz sagen würde, Hurra, ich bin unwirklich, sagt er, we shall dwell, also wir werden leben, in Wonder and Glory forever. Und ich bin jetzt ein Monster. Und Stephen King hat dann doch immer die Perspektive, die Menschen überwinden die Monster, meistens durch Liebe, oft auch durch so Liebesgeschichten, die dann Familien sind und so. Sie zahlen oft einen Preis, aber es geht um die Überwindung dieser Geschichten. Während bei Lovecraft, es gibt ein Buch von Alan Moore, Providence über Lovecraft, wo am Ende sozusagen, genau, da liegt es, wo am Ende so einer nochmal kommt, und wir können die Welt vielleicht noch retten, ich habe einen Zauberspruch gefunden, der uns helfen kann. Und dann sagt eben der größte Lovecraft-Kenner, weil es ist eine Lovecraft-Geschichte über Lovecraft, sagt dann, nein, das ist nicht diese Art von Geschichte, es geht nicht darum, was die Menschen wollen. Es geht darum, dass es etwas anderes gibt, das zwar kalt ist und grausam und kosmisch, aber Wonder and Glory, ein Staunen, eine Ästhetik, denn ich glaube, dass es eine Form von Utopie oder Eskapismus im Horror gibt, und zwar in dieser Lovecraft-Seite des Horrors, und da gibt es auch Filmleute, ich würde zum Beispiel ein Teil von so, manches, was Ridley Scott mit Alien gemacht hat, obwohl das auch Science-Fiction-Filme sind, aber es sind auch Horrorfilme, dahin tun, dass man sagt, ist nicht das Schlimmste nicht eine schlimme Welt, sondern eine langweilige Welt, die auch keine Perspektive bietet, dass es je anders wird. Also so die Dystopie, die ganze Welt ist ein einziges Großraumbüro, und hier kommen Formulare, dann mache ich das, dann geht es dahin, und es wird sich nie mehr ändern, es gibt so einen Roman, wo die Hölle so ist, und es läuft dann Yesterday von den Beatles die ganze Zeit. Und der Horror besteht also nicht darin, wie absolut das Schlimmes ist, die kriegen nicht die Haut abgezogen oder so, aber es ist halt perspektivlos, es ist ewig, und es ist ohne etwas anderes außen. Und Lovecraft feiert, ja, deine menschlichen Sorgen sind schlimm, Einkommenssteuererklärung, pipapo, aber der Kosmos ist so viel größer, dass er sich für Menschen gar nicht interessiert, und das kann eine positive Utopie sein. Aber das ist die Frage sozusagen, ob meine Perspektive auf den Schrecken ist, er erlöst mich von der Langeweile, oder er zwingt mich, darüber nachzudenken, das hatte ich vorhin mit den Interpretationen, oder du hast, gesellschaftskritisch, also benutze ich den Schrecken, um zu sagen, in dieser Gesellschaft ist was faul. Ja. Das, ich habe mich die ganze Zeit jetzt gefragt, wo würden wir unsere Koreaner hintun an der Stelle? Lovecraft oder King? Lovecraft oder King? Keine Ahnung, mal so, mal so. Trotz der Enden, also sind es nicht nur die Enden, das ist die Haltung, würde ich sagen. Weil auch, es ist ja nicht wirklich, also das, was du beschreibst, ist ja dann doch irgendetwas Positives in diesem Nichtmenschlichen gefunden. Ja, absolut. Also etwas, was eben höher ist. Die Sehnsucht danach, dass es nicht bei dieser Banalität bleiben muss, in der wir stecken. Das ist eine Utopie, die ich nicht teilen würde, aber sie kann ästhetisch sehr interessante Ergebnisse erzielen. Auch manche Cronenberg-Filme, David-Cronenberg-Filme sind so. Eine Frage, die noch kam wahr, können wir etwas zu den Spiegeln erzählen, die ja ein großes Symbol in vielen Horrorfilmen sind. Immer wieder, Spiegel, wahnsinnig gruselige Sachen. Ja, also die Doppelgänger auch. Ja, also mir geht es nach solchen Filmen immer so, dass man dann im Bad teilweise steht und sich denkt, ah, kann man da jetzt in Ruhe reingucken? Weil ja sehr, sehr häufig solche Szenen sind, wo dann dreht man den, sie machen die Spiegeltür zu und dann plötzlich ist hinter ihnen noch jemand. Furchtbar, erschrecke ich mich immer. Spiegel im Horrorfilm. Ja, Spiegel im Horrorfilm. Oder Spiegel generell. Denk mal an deinen Beauty-Water. Ich meine, wie fandst du, ne? Also sie, viele Spiegel. Die ganze Zeit und sozusagen, ich gucke in den Spiegel, um darin schöner zu werden, aber eigentlich werde ich immer noch hässlicher und so. Also ich glaube, es ist eine Methode des Films, uns zu zeigen, dass es nicht nur ein Abdruck der Realität ist, was ein Film macht oder auch ein Zerrbild der Realität, sondern was gestaltet ist, wo wir uns eben auch nicht darauf verlassen können, dass sozusagen das, was wir da von uns wiederfinden, uns wirklich unsere Identität, es gibt ja diese komischen Theorien irgendwie von Jacques Lacan und so Spiegel-Stadium, dass Kinder erst ich sagen, wenn sie sich das erste Mal im Spiegel sehen und da langsam erst sie selbst werden, weil da eine Ergänzung kommt zwischen dem sechsten und dem achtzehnten Monat oder so. Ah, diese Figur ist die Einzige, die, wenn ich das machen will, macht sie das auch. Alle anderen machen das nicht, wenn ich denke, jetzt schließt sich die Hand, also bin das ich und so. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist viel, viel beunruhigender, dass es eben manchmal nicht ist. Also es gibt ja diesen Witz, wo jemand morgens in den Spiegel guckt, kenne ich nicht, wasche ich nicht. So nach einer durchzechten Nacht oder so. Ich glaube, darum geht es. Also es geht darum, dass die Vorstellung, wir kennen uns, nicht stimmt. Und ich glaube, hier bringe ich auch meinen Pfarrer. Dann? Auf den warte ich jetzt schon die ganze Zeit. Was sagt der Pfarrer? Der sagt, ich habe so... Bevor ich noch mal auf Beautywater eingehe, aber ja. Mach das. Oder mach es gleich. Wir teasern den Pfarrer hier echt, der muss echt was Gutes gesagt haben. Oh Gott. Was du sagst, wir erkennen uns. Die Szene gibt es ja auch einmal ganz kurz in den Mirrors, jetzt gerade als Ben Carson wieder hochkommt vom Gesicht waschen und das Gesicht so zur Hälfte zerfallen. Es ist ja ein wahnsinniger Schockmoment. Oh ja. Ja, ja. Beim Zähneputzen oder irgendwas. Genau. Wo man sich noch fragt, liegt das an den Medikamenten? Ist das jetzt in seinem Kopf oder nicht? Und genau für ein ähnliches Element benutzt auch Beautywater diese Spiegel. Also man fragt sich zwischendrin, die Frau, die hier dieses furchtbar zerfallene Gesicht auf dem Cover hat, denkt die sich das nur? Ist das in ihrem Kopf? Ist das echt? Verfällt ihr... Entschuldigung. Zerfällt ihr Gesicht tatsächlich gerade? Diese Spiegelung der inneren Psyche sozusagen, die in dem Bild, in dem Abbild gezeigt wird. Genau. Die Angst ist, dass es kein Abdruck ist oder kein direktes Gegenüber, sondern dass es verformt ist von was in mir los ist. Und ja. Was ein Element ist, mit dem gerade dieser Film sehr, sehr viel spielt. Also sehr, sehr viele, auch Spiegelmomente, Glasfassaden, in denen dann Dinge stattfinden, wo man sich dann fragt, ist es in ihrem Kopf oder passiert es tatsächlich? Naja, das ist ja eigentlich, wenn ich vorhin Polanski gesagt habe, wenn du an Repulsion denkst und diese Filme, es ist ein durchgehendes Thema, spinnt die Person nur, die ich die ganze Zeit begleite. Und zum Beispiel bei Rosemary's Baby ist dann am Ende, sie guckt in die Wiege, okay, das ist jetzt definitiv etwas, was sie sieht, was so gut passt zu dem, was alle anderen machen, dass es wahrscheinlich die grauenhafte Wahrheit ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das übrigens der Grund ist für die physisch schlimmen Szenen, warum die sein müssen. Weil man könnte ja sagen, also viele gute Horrorfilme, gerade so aus den 30ern oder so schaffen es völlig ohne Glibber. Aber sozusagen wüsste ich sicher, die Person spinnt nur, wäre es ja nicht mehr so guselig. Also weil dann sozusagen diese Lovecraft-Dimension fehlt, es gibt was anderes, sondern dann gibt es ja doch nur den Alltag und manche spinnen halt und werden damit nicht fertig. Aber in dem Moment, wo mir das den Arm abreißt oder sowas, ist es halt doch nicht nur eingebildet. Und da macht King viel mit. Das wollte ich gerade sagen, ja. Dass die Kinder immer, wenn sie sagen, das ist nicht wirklich, die Kinder, die, wenn was Schreckliches passiert, sagen, das ist nicht wirklich, ich träum es nur, die werden garantiert gefressen. Nicht nur bei den Kindern, nicht nur in It. Das ist, glaube ich, ein Element, was sich bei King immer wieder wiederholt. Stimmt. Du musst der Person glauben, die sagt, das ist ganz furchtbar. Sonst ist sowieso alles vorbei. Also die Figuren, die sagen, das bildest du dir nur ein, jetzt sei nicht so hysterisch, komm mal klar. Aber das meint er auch oft als Liebesgeschichte im Sinne von, also es ist natürlich traditionelle Geschlechterrollen oft so, dass den Frauen keiner glaubt und dass er dann sagt, ihr seid keine Partner, also du Typ bist kein Partner, wenn du ihr das nicht glaubst. Auch wenn das noch so strange ist. Jetzt glaubt es lieber mal, sonst werdet ihr beide irgendwie draufgehen und vor allen Dingen du. Interessanter Dreh dann hier in dem Film bei Mirrors. Ist ein Mann. Es ist ein Mann, dem keiner glaubt. Also es ist die ganze Zeit lang eigentlich die Figur komplett gedreht. Das ist ja eigentlich Ben Carson, der als hysterisch dargestellt wird und alle anderen. Seine Frau sagt ihm, hör auf hier rumzuspinnen, was machst du jetzt mit den Spiegeln, warum dringst du in das Haus einen? Eigentlich in einem klassischen King wäre sie die schlechte Partnerin, die jetzt kapieren müsste, dass es tatsächlich ernst ist. Das ist so gut, das ist besser als der Pfarrer, deswegen sage ich den jetzt zum Schluss. Alle meine Deutungen in diesem langen Gespräch waren psychologisch oder filmgeschichtlich und sowas. Und dann kommt ein Theologe und die können natürlich eins, der sagt, Entschuldigung, aber Geschichten haben eine Moral. Und er sagt, der Witz bei diesem Spiegelzeug ist, dass die Sachen, die uns am meisten aufregen an anderen, dass das Projektionen sind, weil, er sagt, wenn er jemanden getroffen hat bis jetzt in seinem Leben, der sagt, ich reg mich über diese jähzornigen Leute auf, dann waren das jähzornige Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Denn, er sagt, ein gemütsruhiger Mensch regt sich nicht so schnell auf, auch nicht über jähzornige. Und sein zweites Beispiel war ungeduldige Leute. Wenn jemand sagt, der ist so ungeduldig. Wenn der andere geduldig wäre, hätte er Zeit, bis sich der Ungeduldige irgendwann abregt. Das heißt, das, wovor wir Angst haben und was uns aufregt, ist, und da kommt der Theologe rein, das Böse und das Böse ist auch immer in uns selber. Und ich glaube, dann zu sagen, du kannst es besiegen, wie der Myriff das macht, aber unter Umständen und dem Preis dessen, dass du nicht mehr derselbe bist. Und da wird ein Theologe wahrscheinlich sagen, ist doch schön, du bist gerettet, deine Seele ist irgendwie so. Aber der Film sagt, du bist nicht mehr derselbe, du bist nicht mehr auf dieser Welt. Du kannst es pessimistisch oder optimistisch deuten, aber du kannst nicht so bleiben, wie du bist, wenn du das Böse loswerden willst. Oh mein Gott, es war unsere bisher moralischste Veranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Das Wort zum Mittwoch, ich glaube. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an der Diskussion. Wir machen weiter mit dieser Reihe. Wir werden noch mal vor Ihnen sitzen, dann mit einem weniger gruseligen Film, aber ähnlich Star besetzt. Stimmt. Nämlich die Klapperschlange mit Kurt Russell. Von John Carpenter. Von John Carpenter. Am wann? Am Ende April. Datum klären wir noch genau, wird Ihnen wieder mitgeteilt, entweder im Newsletter oder über unsere Website. Und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir sehen Sie das nächste Mal wieder an der Stelle. Wir möchten die Reihe unbedingt fortsetzen. Mit Kinderfilmen und anderem Wahnsinn. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schlafen Sie gut. Ja.